Hallo und herzlich willkommen zum Video Vorlagen anpassen. Jetzt haben wir aus einem PDF ein JPEG generiert, sodass wir sie in SketchUp importieren können. Zum Importieren löschen wir diese Person, den Chris, gehen anschließend in das Menü Datei, Importieren. Im Import Dialog muss man ein bisschen aufpassen. Hier stehen einmal alle unterstützten Dateien. Es kann sein, dass es von der letzten Version noch oder von dem letzten Dialog noch auf SketchUp steht oder auf anderes. Dann werden die anderen Dokumente natürlich nicht angezeigt. Das bedeutet, wir müssen hier schon auf alle unterstützten Bilddateien gehen, weil wir jetzt ein Bild importieren wollen. Und können jetzt sagen, wir hätten ganz gerne diese Terrasse 2020. Die importieren wir jetzt. Er fragt mich dann noch, möchtest du dir als Bild, als Textur oder ein neues abgeglichenes Foto? Der Unterschied ist, als Bild ist es wie so eine Art Vorlage. Als Textur kann ich es auf Objekte draufmappen und mit neuem abgeglichenen Foto, dann ist es eher so ein Hintergrundbild, was ich dann dreidimensional entsprechend einpassen kann. Wir wählen also Bild importieren. Gehen also dann auf diesen Import Dialog. Dann saugt sich das wieder an meinem Mauszeiger an. Wir orientieren uns immer an diesem Koordinatenursprung 0. Gehen einmal mit der Maustaste. Klicken wir einmal, linke Maustaste. Dann zieht sich das so auf. Ein bisschen aufpassen, je nachdem, wo man sich mit der Maus befindet. Ich zeige das hier mal. Orientiert sich das entsprechend. Ob es rechts abgeschnitten ist, das ist eine reine Darstellungsgeschichte. Einfach ignorieren. Jetzt ziehen wir das mal auf eine Größe auf, wo wir sagen, okay, die sieht ganz gut aus. Dann klicken wir einmal und dann hat sich das hier importiert. Zum Verschieben haben wir ja schon die Verschieberhand kennengelernt. Ich mache das aber über die mittlere Maustaste und die Shift-Taste. Jetzt verschiebe ich mir das. Drehe das ein bisschen und dann sehe ich, dass ich hier verschiedene Maßeinheiten habe. In der Größe dieses Objektes ist das natürlich jetzt so groß, wie wir das importiert und aufgezogen haben. Das ist also nicht das Maßstab, der Maßstab, der hier richtig als Größe erscheint. Deswegen werden wir das Ganze einmal ganz kurz überprüfen. Das sieht folgendermaßen aus. Momentan ist das Blatt Papier, was wir importiert haben. Ich habe jetzt hier mal auf der linken Seite die Abmessung gewählt. Klicke einmal. Dann klicke ich hier an das Ende und ziehe es nach außen. Dann sehe ich, die Gesamte hier ist 1,57 Meter. Dann kann das hier schon mal auf jeden Fall nicht 7,4 Meter sein. Das geht also nicht. In diesem Fall ist es so, jetzt müssen wir das entsprechend anpassen. Und dazu müssen wir die Vorlage anpassen. Jetzt kann man natürlich so lange herum skalieren, bis man das irgendwie hingefummelt hat. Das ist aber sehr ineffizient und deswegen zoomen wir uns mal ein bisschen herein. Dann nehme ich das Maßband. Klicke mit dem Maßband einmal an die Anfangsposition. Gehe an das Ende. Klicke erneut. Damit er weiß, dass ich jetzt hier beenden möchte. Jetzt gebe ich über die Tastatur den Wert ein, den ich haben möchte, ohne dass ich irgendwo anders hinklicke. Mal bitte aufpassen. Rechts unten wird sich jetzt, nachdem ich das eingetippt habe, ich beginne jetzt, wird sich rechts unten der Wert eintragen. Ich nehme also 7,4. Mehr muss ich in diesem Fall nicht tun, weil wir ja auf der Meterangabe ja schon sind. Dann gehen wir auf Enter. Dann fragt er mich, möchten Sie die Größe vom Modell ändern und ich kann das Ganze mit OK bestätigen. Jetzt ist es natürlich entsprechend zu groß geworden, weil wir ja vorhin einen Meter hatten. Jetzt haben wir das auf sieben Meter hoch geblasen. Jetzt werde ich das über das Mausrad ein bisschen verkleinern. Und dann sehen wir, dass die Gesamtbreite hier 16,14 Meter ist. Also hat sich das entsprechend hochskaliert. Wir können das Ganze nochmal überprüfen, dass wir zum Beispiel das Maßband hernehmen. Wir können entweder das Maßband nehmen oder könnten jetzt auch hier die Abmessung nehmen. Die Abmessung bleibt halt da, das Maßband nicht. Ich klicke wieder an den Anfang, sehe, sobald ich einmal geklickt habe, gehe zum Gummiband mit. Man sieht auf der rechten unteren Ecke, sieht man wieder, was die aktuelle Maßeinheit ist. Gehe hier die Linie entlang und dann sehe ich, bin ich bei 7,387,45 Meter. Das stimmt schon. Also das ist schon von der Maßangabe richtig. Drücke ich dann auf Escape, verschwindet mir das Maßband wieder. Und ich habe die Vorlage entsprechend angepasst. Sollten die Maßeinheiten einmal nicht stimmen, also dass es zum Beispiel von Millimeter auf Meter dargestellt ist, dann gehe ich einfach in das Menü Fenster und wähle hier Modellinformationen. Und in den Modellinformationen finden wir in dem Reiter Einheiten, können wir hier jederzeit umstellen, auf welche Genauigkeit ich bin. Wir haben momentan Dezimalmeter, ich könnte aber auch genauso gut Fuß, Millimeter, Zentimeter, wie auch immer einstellen. Und er passt es hier automatisch auch schon an. Man sieht es hier, Meter. Einfach mit OK bestätigen, also mit Schließen in diesem Fall bestätigen. Und ich habe die richtige Maßeinheit. Sollte. Untertitelung des ZDF, 2020